Moin Sie, Leichtmatrosen! Für den Dauch habe ich wieder ein Plattdeutscher Anfänger für euch. Ich hoffe, das habt ihr jetzt alle verstanden, ansonsten wiederhole ich das einfach nochmal. Aber natürlich auf Hochdeutsch. Heute habe ich wieder ein Plattdeutscher Anfänger für euch. Heute geht es um Bewegung und Tätigkeiten. Und nein, das ist kein Fitnessprogramm. Also, dranbleiben. Auf los geht's los. Schmecken. Smacken. Schlafen. Schlaupen. Fühlen. Föhlen. Sitzen. Sitten. Fressen. Freten. Schreiben. Schrieben. Gehen. Gaun. Schwatzen. Sammeln. Greifen. Gripen. Riechen. Rupen. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einfach einen Daumen nach oben. Und ja, nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil von dieser Geschichte hier. Bewegungen und Tätigkeiten. Und jetzt verabschiede ich mich aber nochmal auf Plattdeutsch. Und ich würde sagen, das war's dann, wenn euch gefallen hat, dann gebt euch einfach einen Dunauboben. Hier unten irgendwo könnt ihr mich abonnieren und da geht noch letzte Video und da noch für letzte Video. Und ich würde sagen, Bit Animal. Tschüss.